Hallo Leute, heute willkommen. Heute sind wir bei Brawl Stars Online, wie ihr seht. Ich bin jetzt relativ ein bisschen früh dran heute, weil wir Online-Unterricht hatten. Und so weiter, ja. Heute ist der erste Tag von Abo-Rede und ja, die Wette wird jetzt heute gemacht. 50 Abo-Rede-Wette, erster Tag. Let's go, wir fangen gleich an. Gucken wir mal so nach. Aha, okay, passt. Jetzt hab ich mir gedacht, wir nehmen jetzt mal Frank und pushen ihn noch Frank 20. Wenn es sich noch ausgeht, noch einen anderen Brawl. Viel Spaß. Falls mir jetzt so Nachrichten kommen oder so, guten Tag, Leute, das sind jetzt von Online-Unterricht-Aufgaben oder so. Oder wenn, dann von YouTube. Und so weiter. Ihr wisst, Leute, ja. Nein, lassen wir das jetzt. Auf jeden Fall geht's mir richtig relativ gut mit Online-Unterricht und so. Ja, aber die Schule wird die nächste Woche dann, die kommende Woche noch öffnen. Das ist also relativ traurig. Relativ waren alle Kinder mal gut. Bis jetzt hat sich noch niemand schwer, glaube ich, gemacht. Und so weiter und so fort. Ja, und ja. Ich find's Brod, seine Schüsse sind voll gut eigentlich. Man kann voll weit schießen oder so. Wenn es nicht ausgeht, geht's, da rollt's noch ein bisschen drüber. Oh man. Frank ist auch ein bisschen zu langsam. Ich mag mich, Frank, auch nicht so. Ups. Das ist gelitten, oder? Ja. Ja, eigentlich, jetzt kann ich schon raus. Oh, oh, okay, passt. Nicht daneben getroffen. Exakt getroffen, Leute. Oh, 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 mein Gott, erst. Yeah. Auf Rang 20, Leute. Das war jetzt nicht noch das Ende. Das ging relativ schnell, aber wir suchen jetzt jetzt noch einen Roller aus. Das wird noch auf Rang 20 gepusht, aber heute geht sich das leider nicht mehr aus. Wenn dann vielleicht noch morgen. Oder, ja. Diese Videos, wenn es nicht nacheinander kommt, sondern schon ein bisschen warten oder so, dass wir da relativ bisschen lange dauern. Ja, für den mal... Nein, nein, okay, machen wir das mal auf Rang 15, wenn es noch rausgeht. Warum es sich nicht ausgeht, kann ich relativ sagen. Weil, glaube ich, um 9.35 Uhr oder 9.30 Uhr muss ich Online-Besprechung machen, wieder. Naja, okay, lassen wir das. Jetzt geht's um YouTube und so. Diese Amble oder halt, wie man die nennt, ist voll gut. Ich will den auch bekommen. Mein einziger von Sprawler ist bis jetzt noch der. Amble da. Aber, ja. Ich hab bis jetzt nur zwei Legendären gegessen, hab ich Max gezogen. Das ist auch gut. Wenigstens nur ein Brawlack. Aber ich hab seit lange Zeit kein Brawlack gezogen. Also, endlich hab ich mal gestern ein Brawlack gezogen. Das war aber relativ krass. Ja. Ups, das ist ein Fail. Das wollte ich nicht. Ups. Nein, bitte. Geh doch weg einfach. Lass mich doch. Ich will Plus bekommen, kein Minus. Also, das ist immer nervig, wenn man Minus bekommen muss. Natürlich da so. So. Warum rennt die überhaupt noch weg? Kommt einfach. Guck mal, ich renne selber weg. Es ist ja schon so, man will ja nicht verlieren oder so. Ups. Ups, ja. Sechster Platz. Plus eins, aber wenigstens noch ein Plus. Okay. Okay, okay, okay. Sieht jetzt nicht so gut aus. So, wir können einfach Max spielen, okay? Ich hab ihn gestern gezogen und wir spielen einfach Max, Leute. Werden dann schaffen wir noch ein paar Ränge oder so. Naja, werden wir noch alles sehen, okay? Okay, 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 okay. Ich hab das gar nicht gewusst, dass Max eigentlich vier Schätze hat. Man kann viermal schießen, bei anderen Roller kann man nur dreimal. Das ist ja relativ gut. Ich kann auch Max irgendwie nicht so gut spielen. Ich bin ja nicht so gut mit Max. Ich hab aber erst Gästen bekommen, das ist normal. Leute, in Zukunft plane ich für euch gut YouTube zu machen oder so. Wenn, dann können meine Träume auch nicht wahr werden. Ich geh jetzt lieber da rein. Ich geh weg. Lass mich. Oh, der ist tot jetzt, okay. Der ist wegen einer Mine gestorben. Müsst jetzt relativ aufpassen, das sind, glaub ich, noch viel mehr Minen. Ich liebe, diese Sklette kaputt zu machen. Oh, okay, okay. Okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Oh, wow. Dann eben. Naja, 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 gewonnen. Eben nach erster. Wir machen einfach so lange weiter, wie es geht. Wenn, dann wird morgen der zweite Teil noch kommen, dann wird, glaub ich, der dritte und der vierte und dann wird eine lange Pause sein. Oder fünfte, sechste noch. Mal sehen, Leute. Dann gleiche Schule. Ich konnte meine Zeit eigentlich gut ausnutzen, aber ich weiß nicht, warum ich das nicht gemacht hab. Das ist mein Fehler. Oder wenn, dann hab ich, glaub ich, keine Zeit dafür gehabt. Naja. Die Weihnachtsferien wird locker, digga. Leute, ich freu mich so heftig. Die, ich weiß nicht, wo. Weihnachtsferien sind aber die geilsten, was es nur geben kann. Sommerferien sind auch die besten, Leute. Also, kein Hater. Sommerferien, Sommerferien sind, ähm. Ja, noch länger als die Weihnachtsferien, so zwei Monate oder so. Das reicht mir absolut. Ja. Vielleicht wird noch ein Best-of-Toffics der VZ 2020 kommen. Ich weiß nicht, ich sag's aber nur so. Ich hab noch nie sowas gemacht, deswegen. Könnt ihr mir vielleicht ein paar Tipps oder so schreiben in die Kommentare. Vielleicht könnt ihr mir da zuhelfen. Natürlich, ja. Ich geh lieber weg. Lass mich doch. Du sollst jetzt sterben, nicht ich. Ja, ups. Ich geh weg. Ich lass ihn lieber in Ruhe, falls ich noch sterbe. Jetzt sucht er mich gleich. Ich kann ihn aber jetzt nicht reinreden. Ich hab ja keinen guten Brawler. Grat. Danke. Das war nett von ihm. Das hat mir aber gratis eine Truhe kaputt gemacht. Danke, danke. Solche Leute müssen wir kennenlernen oder so. Aber gleich hörst du mich. Ich hilf dir rein. Damit ich mich schneller heil. Ich glaube, wir haben leicht verloren. Locker. Das können wir noch nicht gewinnen. Wenn, dann sind wir lucky. Oh mein Gott. Wir haben noch gewonnen. Oh mein Gott. Wir haben gewonnen. Wie krass. Wir haben gewonnen. Ja, okay. Da haben wir jetzt nicht so viel. Oh mein Gott. Man bekommt immer so einen Herzschock, wenn auf einmal du gleich stirbst oder so, wenn du so wenig Leben hast und den noch tötest. Dann bekommst du immer einen Herzschock. Das ist immer voll cool, das läuft oder so. So, und jetzt kannst du mich auch in Ruhe lassen, oder? Oh mein Gott. Fail. Und jetzt macht das es noch cool. Leute, ich habe vorherigen Season ein Pin-Paket bekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die Pin-Pakete sind. Ich habe die bekommen, aber man kann die ja... Ich habe nur die Gesichter oder so. Kann man die vielleicht in Chat schreiben oder so? Ich weiß nicht. Kommt lieber in Münster-Club rein. Leute, freuen wir uns für Einladung. Topfix.tv Ist jetzt eingeladen. Kommt einfach rein, Leute. Falls ihr wollt, könnt ihr diesen Club betreten. Und weiter. Ah ja, das wollte ich noch sagen. Schaffen wir in diesem Jahr noch, heuer noch, bis 2020, also Ende ist noch die 100 Abonnenten. Schaffen wir das? Denkt ihr das? Bis jetzt denke ich es noch nicht, aber... Ja, wenn ich neue Zuschauer auf einmal bekomme, kann das schon möglich sein. Aber ich kann es irgendwie nicht so gut zusammenfassen oder so. Ich weiß nicht, vielleicht bekommen wir das. Oh mein Gott. Ich denke es nicht auch drauf. Deswegen zeigt euch Leute, knallt diese Abonnenten wohl. Wir haben noch immer die ganze Zeit noch 58. Ich weiß nicht, was ich falsch mache oder so. Oder falls euch Gaming nicht gefällt. Weil bei mir ist es irgendwie Gaming nicht so gut, seit ich YouTube angefangen habe. Ist halt natürlich eure Sache. Bei mir ist es eigentlich nur wichtiger, dass es... Ja, dass die Videos euch gefallen oder so. Falls es euch nicht gefällt, dann... Ja. Könnt mir Ideen in die Kommentare schreiben. Mach ich das dann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, die Leute, das war komplett fail dagegen. Nein, wir lachen jetzt Max. Okay. Komm auf die Erde nehmen wir jetzt mal auch Leon. Welches Kind soll ich nehmen? Ist eure Entscheidung normal? Selle Leon? Oder Haifisch? Ja, komm, wir nehmen Haifisch. Oh, ist das Wasser? Achso. Das sehe ich zum ersten Mal. Okay, die Map schaut schon schön aus. Was macht der denn? Der kommt einfach her. Als ob. Und der nächste ist da und wir sind tot. Geht das, Leute, wenn ich mich unsichtbar mache und das springe? Oh, das geht. Ja, wir brauchen einen Taro, das wäre gut sein. Oh, mein Gott. Ich gehe jetzt sicher nicht gut rüber. Oh, mein Gott. Man hört sogar, wie ich auf dem Handy tippe oder so. Heute, vor einer Woche, war es das Beste, was es einfach nur gab, Leute. Nächste Woche, vor einer Woche, wird es nicht gut sein. Ja, es sieht schlecht aus, Leute. Also, bis jetzt sterben wir gleich. Naja, wir machen diese letzte Runde, Leute, auf Ehre mit verloren. Oh, Gott. Wir haben verloren, einfach. Einfach nur die letzte Runde ging einfach daneben. Ja, okay, das war's, Leute. Viel mehr peinlich soll es nicht mehr sein, aber ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abonniert diesen Kanal, nicht vergessen, die Werte läuft ab. 100 Abonnenten werden wir locker schaffen mit euch. Danke und tschüss.